Hey Freunde, willkommen zurück auf diesem Kanal. Im heutigen Video geht es um die Kryptobörse Bison. Dabei möchte ich dir in den kommenden Minuten die wichtigsten Funktionen zeigen und mit dir meine gemachten Erfahrungen über die letzten knapp zwei Jahre teilen. Ich gehe dabei auf die Sparparenfunktion, das Ein- und Auszahlen von Kryptowährungen und Limit Orders ein. Legen wir direkt los mit der Frage, was ist eigentlich Bison? Bison ist eine Kryptobörse, hinter der die Börse Stuttgart steht. Der Anbieter hat seinen Sitz in Deutschland und unterliegt der hirsigen Regularien. Aufgrund der einfachen Bedienungen und der Made in Germany Klassifizierung hat insbesondere in Deutschland Bison in den letzten knapp zwei Jahren stark an neuen Nutzern zugelegt. Gerade da wir hier wirklich Kryptowährungen kaufen können und diese dann auch auf ein eigenes Cold Wallet übertragen können, unterscheidet sich dieser Anbieter stark von den üblichen Brokern wie Trade Republic und Scalable Capital. Diese Broker decken zwar ihren eigenen Bestand mit Kryptowährungen, jedoch ist es uns Privatanleger nicht möglich, diese gekauften Kryptowährungen auf andere Wallets zu übertragen. In diesem Zusammenhang spricht man auch vom Vendor-Login, da wir hier abhängig sind vom Broker und der dahinterliegenden Verwahrstelle. Aber heute geht es ja um Bison und hier ist es möglich, Kryptowährungen auch zu übertragen. Springen wir also direkt in die App und schauen uns die Möglichkeiten an. Nachdem wir uns angemeldet haben, befinden wir uns zunächst im Demo-Modus. Diesen können wir hier ausschalten. Ist die Umstellung erfolgt, musst du dich zunächst verifizieren und Geld einzahlen. Ist das ebenfalls erfolgt, findest du folgende Informationen auf der Portfolio-Seite. Hier oben ist der Gesamtwert deines Portfolios, der Betrag, der für Investitionen bereitsteht, der Buchgewinn und der realisierte Gewinn bzw. Verlust zu sehen. Darunter ist eine Grafik, die den Split deiner Investitionen darstellt. Noch weiter unten findest du die einzelnen Investitionen, dann aufgelistet mit aktuellem Wert, aber auch einem durchschnittlichen Einkaufswert, also dem Buy-in. Damit ist es möglich, den wirklichen Gewinn und Verlust zu berechnen. Oben rechts in der Ecke findest du noch den Posteingang, wo du Informationen wie Kontoauszüge, Sparplanausführungen und eventuelles Feedback von Support finden kannst. Auf dem nächsten Reiter Markt finden wir die handelbaren Kryptowährungen auf Bison. Die Auswahl ist zugegebenermaßen überschaubar, aber für Investoren, die eh nur in die großen Kryptowährungen investieren wollen, reicht das Angebot meiner Meinung nach völlig aus. Wir können uns hier oben die Verläufe nach Stunden, Tage, Monate oder sogar Jahre anzeigen lassen. Später können wir hierüber auch durch Klick auf eine dieser Währungen diese kaufen, aber dazu später mehr. Springen wir noch auf den nächsten Reiter Manager. In dieser Übersicht können wir Limit Order setzen, das bedeutet, dass wir hier einen Preis festlegen können, für den wir die jeweilige Kryptowährung maximal kaufen würden oder der mindestens erreicht werden soll, bevor wir unsere Anteile verkaufen. Solche Anfragen sind in der Regel 90 Tage gültig und werden zeitverzögert ausgeführt. Es besteht also keine Ausführungsgarantie. Daneben können wir hier auch Sparpläne anlegen. Wichtig ist hierbei, dass diese aktuell nicht geändert werden können. Solltest du also eine Änderung vornehmen, musst du den Sparplan immer wieder löschen und neu anlegen. Ich könnte mir vorstellen, dass Bison das in der nächsten Zeit noch ändern wird. Auch solltest du bei Sparplänen beachten, dass die Ausführung wirklich immer an dem Tag stattfindet, den du gewählt hast und vorher genügend Geld auf dem Verrechnungskonto sein muss. Konkret bedeutet das, dass wenn du als Ausführungsdatum den ersten eines Monats wählst und dies ein Sonntag ist, du spätestens am Freitag ausreichend Geld aufs Konto übertragen haben musst. Schauen wir uns aber nun an, wie wir einen Sparplan anlegen können. Wir klicken hier auf Neuer Sparplan, wählen die Kryptowährung aus, die wir kaufen möchten und gehen noch weiter. Anschließend wählen wir den Eurobetrag, den wir investieren wollen, das Ausführungsintervall und den konkreten Zeitpunkt. Der Kaufpreis, der oben steht, ist übrigens nur eine Momentaufnahme. Zur Sparplanausführung wird der aktuelle Marktpreis verwendet. Es soll dir also hier nur indikativ dargestellt werden, wie viele Anteile du bei welcher Investitionssumme bekommst. In der blauen Box zeigt uns Bison immer in verständlicher Sprache an, was wir hier genau vorhaben. Wenn wir alles so eingetragen haben, wie wir uns das wünschen, dann klicken wir auf Weiter und können anschließend noch per OK die Anlage des Sparplans bestätigen. Gut, über einen Klick auf die angelegten Sparpläne kannst du auch diese nochmal prüfen und gegebenenfalls pausieren. Kommen wir nun noch zum Preisalarm. Da die App sich immer weiterentwickelt, war dieses Menü vor ca. einem halben Jahr noch sehr wichtig, um die Möglichkeit zu haben, auf die Wertschwankungen zu reagieren. Du kannst hier Wertgrenzen festlegen, die dann zu einer Benachrichtigung der App führen. Allerdings passiert auch nicht mehr. Solltest du zu bestimmten Kursen kaufen oder verkaufen wollen, solltest du hier eher eine Limit Order nutzen. Aber da es die Funktion damals noch nicht gab, war es ein echtes Hilfsmittel. Da ich nicht aktiv mit Kryptowährungen handel, nutze ich diese Funktion nicht mehr. Weiter geht's auf dem Reiter Aktivitäten. Hier kannst du die Historie sehen, also wann du was gekauft oder verkauft hast und wann du Geld ein- oder ausbezahlt hast. Allerdings nicht wirklich viel mehr. Auch gibt es keine Suche, sondern du kannst lediglich über die Filter versuchen, gewünschte Transaktionen zu finden. Letztlich wichtig ist hier noch der Steuerinfo-Report. Hier werden die Gewinne und Verluste für dich unverbindlich nach dem FIFO-Prinzip berechnet und per E-Mail zugestellt. Im letzten Reiter Konto kannst du deine persönlichen Daten ändern und sehen, welche Geräte mit deinem Account aktuell verknüpft sind. Ich checke hier regelmäßig, dass hier nur meine eigenen Endgeräte gelistet sind. Des Weiteren kannst du hier auch zwischen dem Demo-Modus und dem Echtgeld-Modus hin und her wechseln und natürlich Geld ein- bzw. ausbezahlen. Um die Übertragungsdaten zu erhalten, gehst du auf Einzahlen und siehst hier deine persönliche IBAN. Eine Ein- bzw. Auszahlung dauert in der Regel ein bis zwei Werktage, was für mich in Ordnung ist, aber natürlich nicht besonders schnell. Auch kannst du, wie bereits angesprochen, direkt Kryptowährungen ein- und auszahlen. Dafür gehst du einfach auf Kryptowährungen einzahlen und findest hier nach Auswahl der Währung das Einzahl-Wallet. Wichtig ist hierbei, arbeite am besten per Copy & Paste, denn wenn du das falsche Wallet eingibst, ist dein übertragenes Guthaben weg. Beim Auszahlen läuft es analog. Kryptowährungen auszahlen, Betrag eingeben, akzeptieren und ein Auszahlungs-Wallet eingeben. Anschließend musst du die Transaktion noch per SMS-Tand bestätigen und abwarten. Es dauert in der Regel ca. 2-3 Werktage, bis die Kryptowährung angekommen ist. Da die Übersicht unter Aktivitäten nicht besonders umfangreich ist, kannst du dir auch via Reports die Information per CSV-Export an deine E-Mail-Adresse senden lassen und noch etwas weiter unten den Support kontaktieren. Kommen wir nun aber noch dazu, wie wir Kryptowährungen kaufen können und dafür gehen wir auf den Markt und wählen die entsprechende Kryptowährung aus. Hier zum Beispiel Bitcoin. Über die Schaltfläche Kaufen können wir nun direkt zum Marktpreis Anteile erwerben. Einfach den gewünschten Betrag eingeben und auf Senden drücken und dann noch mal kurz bestätigen. Ich habe hier gerade nicht genug Guthaben, aber das geht wirklich sehr schnell. Wenn du nun aber nicht zum Marktpreis kaufen möchtest, kannst du auch eine Limit Order in Auftrag geben über Ordertyp oben rechts. Aber zurück zur Übersicht. Mit dem kleinen Pfeil kannst du dir noch mehr Informationen anzeigen lassen. So siehst du hier den Kryptoradar, was nichts anderes ist als eine künstliche Intelligenz, die die Tweets über eine bestimmte Kryptowährung auswertet und in gute, neutrale und schlechte Tweets unterteilt. Noch weiter unten siehst du das aktuelle Handelsvolumen und den Anteil von Käufen bzw. Verkäufen. Ganz unten finden wir noch eine Beschreibung der Kryptowährung. Soweit zur App. Kommen wir nun zu meinem Fazit nach knapp zwei Jahren Nutzung. Die App funktioniert einfach und zuverlässig. Du hast selbst Zugriff auf die Kryptowährungen, weshalb ich auch immer das Geld auf einen Cold Wallet abziehe, wenn ein bestimmter Betrag erreicht wurde. Dafür ist die Krypto-Auszahlfunktion wunderbar geeignet. Es geht relativ schnell und im schlimmsten Fall habe ich zwei Tage gewartet. Die sonstigen Ein- und Auszahlungen dauern meistens nur einen Werktag. Wenn dir Bison gefällt und du auch ein Konto eröffnen möchtest, gleichzeitig aber auch diesen Kanal unterstützen magst, dann würde ich mich freuen, wenn du den Link aus der Videobeschreibung nutzt. Du hast dadurch keinen Nachteil und erhältst aktuell sogar 15 Euro Startguthaben, wenn du dich erfolgreich verifiziert hast und innerhalb der ersten 30 Tage für mindestens 50 Euro gehandelt hast. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und freue mich, dich bald in einem weiteren begrüßen zu dürfen. Schau doch zum Beispiel mal hier vorbei. Bis bald und bleib gesund!